peace freunde der gepflegten investition es ist donnerstag wir sind fast pünktlich bis auf eine minute ja ich hoffe euch geht es gut ihr habt die woche gut genossen verbracht fiebert jetzt langsam aufs wochenende hin und habe die kurse natürlich genauso wie wir beiden zahlenverrückten geisteskranken genauso beobachtet und ja wie geht es euch wie steht es geht euch einer ab sei der daumen sei der gut gelaunt zu dem plus der minus gerne mal alles in den chat bitte das würde mich auch interessieren und natürlich auch von mir einen wunderschönen guten nachmittag langsam gleiten wir richtung abend es freut mich dass wir wieder vollzählig online sind und dass wir heute auch wieder einige sehr sehr spannende fragen beantworten werden sicherlich auch einige sehr spannende informationen teilen werden die wir den letzten tagen so mitbekommen haben es ist viel passiert haben die sieben leider nicht vorne wenn es um den bitcoin preis geht aber es wird wohl nicht mehr allzu lange dauern und auch ich bin natürlich sehr glücklich über die aktuellen kurse ich hoffe ihr genauso und ich hoffe auch dass ihr natürlich bis heute eine wunderbare woche hat hoffentlich wird auch sagen wir grüßen natürlich auch schon mal den chat selbstverständlich dann haben wir denn hier fibonacci kennt hier hey fibonacci mein lieber freut mich auf jeden fall dass sie immer so pünktlich überpünktlich am start bist dann haben wir christoph müller auch einer unserer moderatoren aber freut mich natürlich dass du am start ist guten abend ich mache mir eben noch ein käffchen bis ihr kommt freue mich bis gleich christoph liebe grüße an dich dann haben wir den lorenz jürgen dave heute mal wieder ein gewinnspiel lorenz also du bist echt ein drecksack also unter den unter den ganzen videos wo wir gewinnspiele gemacht haben also alles voll gespammt mit habe ich gewonnen habe ich gewonnen läuft noch ein gewinnspiel habe ich gewonnen also ich weiß nicht was da bei dir als los ist aber ich mache halt immer random comment picker und dann wird einer gezogen so ich hoffe natürlich dass das nächste mal dran bist aber ich kann nichts garantieren lorenz aber ja ich war auch mal jung und habe das geld gebraucht aber ich drücke auf jeden fall die daumen mein lieber wir alle haben wir andys wir alle also die ganze community fiebert mit dir mit lorenz das wollten wir hier auch noch mal hervorheben dann haben wir natürlich andys bastelkanal bestimmt werden heute 10 btc verlost der nächste ich glaube ich spinne andys bastelkanal grüße gehen raus dann haben wir elegant beats auch natürlich mittlerweile ein gern gesehener gast hier render to the moon nach hoffentlich wie sieht es aktuell aus ja mal schauen wie steht es um render eingeben ja das geht wahrscheinlich noch schneller an 36 heute knapp 17 prozent gemacht er das sieht doch ganz stark aus und in den letzten 7 tagen 35,8 prozent also und im letzten monat 136 36 krank lässt sich sehen gg da auf jeden fall glückwunsch dann haben wir jetzt ist wieder nach unten gerutscht helena ist mit am start guten abend in die runde helena liebe grüße natürlich an dich frag crypto ist mit dabei klaus meyer liebe grüße an dich juhunze aloha aloha sascha sos dann haben wir den torsch mit dabei guten abend liebe leute lieber dave lieber phil seid gegrüßt ihrer bauken auf einen entspannten krypto abend im gewohnten kreise dort mein lieber grüße gehen raus an dich alter tinder schwindler dann haben wir tobi k guten abend grüße gehen raus dann haben wir dennis dem menis alexander winkler helena habe ich gerade vorgelesen jd 15 satoshi germany florian martin winkler crypto chris grüße grüße in schwez mich lieber dann haben wir nico misala marcel eisert y rj captain levy cornelia null aim thomas el loco steady bull wo sind wir hier la femme andere 10 markus mesut steady bull barosch bob kuhl niklas felber holger ganz ferdinand von höhren robert weil v vendetta mein lieber da haben wir den schwere nöter wie geht es dir hast du alle qnt schon verkauft oder stockst du noch mal nach oder hast du die freundin auch schon verloren also vendetta weiß nicht also kannst du ein paar infos mal über dich geben es würde mich echt mal interessieren was du so für ein mensch bist sonst natürlich noch mal als abschluss felix patrick max eva göckern reis wahnsinn schönen guten abend an die ganzen zuschauer bei dave freut mich sehr dass ihr wieder eingeschaltet habt aber selbstverständlich grüße ich ja auch noch den ein oder anderen auf meiner seite den guten mark die wurst vom schanzenhof ja sir mike satoshi germany iron saga quickmath ist dabei erhoben ist dabei wahnsinn nobler besucher also robbie ist dabei egc consulting wunderbar auch direkt noch mal hier ein bisschen vertrieb oder ähnliches na matthias dominik schilling wir haben die coin also es füllt sich doch neue namen die dabei sind die mittlerweile das thema krypto entweder wieder entdeckt haben oder sowieso immer dabei waren wie auch immer es freut mich dass ihr dabei seid und auch heute der appell an euch es wäre total wichtig im laufe des streams immer mal wieder ein däumchen nach oben dazulassen kostet nichts hilft uns aber extrem und wir wollen das ganze ein bisschen interaktiv machen wir werden sicherlich auch im laufe des abends über news und so weiter sprechen aber es wäre wichtig dass ihr kontinuierlich fragen stellt einfach das was ihr auf dem herzen habt mit uns teilt und wir versuchen es dann natürlich mit euch dann zu besprechen euch ratschläge zu geben und co und ja auf einen schönen abend würde ich sagen definitiv ganz ganz wichtig natürlich der daumen hoch und natürlich auch die interaktion im chat ne also könnt natürlich gerne auch einfach mal eine 1 reinhauen um uns zu bestätigen dass ihr am startzeit und zugehört habt wird von youtube auch gern gesehen und dass ihr zugehört habt ganz wichtig und natürlich sehr sehr gerne däumchen hoch mal schauen ob wir den daumen rekord vom letzten stream knacken können ich glaube da waren wir nach stream ende bei 200 oder so also das wäre schon nice deswegen alle mal däumchen hoch da lassen dann haben wir es eigentlich schon fast und wir haben hier noch am start wer ist noch reingekommen alas ist mit am start las bäumer moin moin grüß dich auch schon also seit gefühlt drei jahren bei mir in der kommentar sektion also den namen merke ich mir weil du immer dieses monopoly bild da drin hast dann haben wir okay jetzt kommen die ganzen einsen rein das freut mich ich muss doch schon mal direkt anmerken wir sind live und parallel dazu 67 800 gerade kurz gesehen also steigt gerade schön an also ich denke wir sind mal wieder genau zum richtigen zeitpunkt da wir sind mit initiatoren dieses leichten aufbäumens und wir sehen es ja auch schon dass wir im laufe der letzten tage das habt ihr auch mitbekommen am fünften hier das ath kurzzeitig geknackt haben das war wirklich ein fulminanter und wunderbarer tag inklusive einer wunderbaren korrektur und heute ist es so als ja wären irgendwie diese 67 normal also oder 66 vielleicht auch na also als würde sich es fühlt sich so an als wäre das immer so gewesen und jetzt würde sich gefühlt irgendwie nicht so richtig bewegen wir sind irgendwie seitwärts gerichtet unterwegs ist alles irgendwie in ordnung und wir leben alle damit dass jetzt irgendwie der preis über 60 steht vergessen aber einfach wo wir in den letzten wochen eigentlich her gekommen sind wir haben ja die daten auch in den letzten wochen uns immer wieder angeguckt und ja man merkt dann halt dass wir da eigentlich ja aus region von unter 50.000 us dollar herkommen und auf einmal ist das hier normalität ich finde das ist absolut verrückt und ungewöhnlich wie schnell man sich da umstellen kann und wie wenig hype man dann auf einmal mehr empfindet bei solchen preisen die 2021 in dieser längeren phase nicht vorstellbar gewesen wären definitiv ja aber wir haben dann auch noch mal eine zwischenzeitlich sehr ein bisschen noch mal ein paar tage verstrichen wir waren ja montag live oder sind immer montag donnerstag live in der regel und dadurch dass der letzte stream montag war hatten wir noch mal spekuliert was passiert und dann war ja schon mal so in so ein kurzer schreck moment wo wir dann mal so auf 60 k oder so runter sind dann also es schon krass also wie wie schnell sich auch die die gemüts zu oder der gemütszustand verändern kann das merkst du dann finde ich immer auf insta so krass weil dort ist halt bei mir so dass ich da ich die meisten nachrichten krieg von von allen plattformen und so und sobald irgendwie der kurs egal ob in eine seite oder in die andere geht kriegst du das halt direkt mit von der community und als wir da bei 62 61 60 waren alter also das postfach ist wieder explodiert alle okay das ist jetzt die korrektur wo wir richtung 30 gehen oder das ist jetzt die korrektur für den winter das war jetzt schon der bull run also es wurden die wildesten theorien aufgestellt aber ich kann es nur noch mal wiederholen ich meine ich hatte es in dem stream davor auch schon mal gesagt ich fände es komisch wenn wir jetzt direkt das all time brechen durch die 70 durch die 75 durch die 80 durchpreschen als gäbe es kein morgen mehr weil jetzt aktuell laut coin market cap ist es halbieren noch 42 tage entfernt und das ist ja eigentlich immer so ein ganz guter indikator so zumindest in der vergangenheit auch gewesen dass wir also ich sag mal monat danach x einfach einen gewissen wert hatten bzw vor allem einen gewissen anstieg hatten und es wäre schon schräg sage ich jetzt mal wenn wir bis zum halbigen irgendwie bei 80 90 100k werden weil das passt irgendwie so gar nicht in den plan kann natürlich sein dass der plan diesmal komplett anderer ist und sich das ganze deutlich schneller abspielt aber also ich bin schon der meinung dass wir vor allem auch in 25 ein richtig richtig saftiges jahr leben werden und dazu gehört halt meiner meinung nach dass wir jetzt in 24 kann sich natürlich nicht schon in sonst was für gewässer eintauchen mit solchen raketen also von dem her mal gucken aber wie du es gesagt hast diese ganzen ganze zyklen thematik und so weiter die scheint sich eben komplett aufgelöst zu haben wir haben auf einmal so viele neue kapitalgeber markt die in den letzten zyklen nie da waren damit man auch von vier jahres zyklen gesprochen und waren damit ziemlich glücklich heute scheint sich das blatt gewendet zu haben auf einmal dazu habe ich heute auch einen post auf x veröffentlicht haben wir dann irgendwie den schwellenwert von über 50 milliarden us dollar erreicht etf seite ich das bedeutet die ganzen produkte und ich werde dir einfach mal den beitrag mit rüber schicken dann können wir ihnen zeigen wir lieben alle daten das wissen wir genau wir haben mittlerweile es eben hinbekommen das ist so in der mitte quasi durch glas note aufgezeigt dass diese ganzen spotty tf aktuell über 50 milliarden us dollar in form von bitcoin halten das ist unglaublich und das in so einer kurzen zeit wir müssen ja bedenken wir sind mitte januar circa gestartet mit den produkten und jeden tag wurden gefühlt rekorde gebrochen wenn es um das handelsvolumina ging oder wenn es um die inflows ging natürlich gab es auch hier und da mal wieder einen rücksetzer und mal ein bisschen weniger kapital was da reingeflossen ist aber insgesamt halten sie mittlerweile einfach 50 milliarden us dollar in form von bitcoin und damit wird eben ein vielfaches an bitcoin beständen eben akkumuliert im verhältnis zu dem was eben aktuell produziert werden kann das ist verrückt definitiv definitiv und das wird noch verrückt da geht das noch hin ich meine das ist jetzt gerade mal so der start schuss gerade auch wenn wir von von der thematik sprechen ich glaube das haben sich einige anders vorgestellt und gerade auch so die stimmen die sehr negativ eingestellt sind gerade zum zum kryptomarkt und und zu bitcoin ich glaube denen passt das gar nicht was da gerade passiert weil denke ihr habt auch alle wenn wir jetzt mal wieder in den freundeskreis gehen mit sicherheit ein zwei drei leute die gar nichts von krypto halten und euch für verrückt erklären und sagen was hier krypto dann kannst du dein geld doch auch gleich verbrennen und sonst was aber das sind halt auch zu 99 prozent die leute die nichts machen mit finanzen die nichts machen mit irgendwas was mit einer selbstständigkeit zu tun hat mit 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 geld verdienen außerhalb des nine to five angestellten verhältnisses deswegen von solchen leuten würde ich mir grundsätzlich keine tipps abholen ganz ganz wichtig also ist immer wichtig also das ist mir irgendwann dann auch mal aufgefallen wo ich dann auch zu mir gesagt habe also von von was für leuten hörst du dir denn jetzt eigentlich mal tipps an nimmst du das dann ernst wenn wenn dir so jemand dann sagt er lass die finger vom krypto oder machst du dann lieber dein ding und also ich finde das ist immer ein ganz guter indikator zu schauen welche person dir was für tipps gibt ne weil ich finde wenn dir jemanden tipp gibt dann sollte er schon in der thematik drin sein weil sonst so ich kann euch auch nicht irgendwas über das operieren am offenen herzen erzählen weil ich halt einfach kein arzt bin und deswegen wäre von mir ein tipp wenn es um eine operation am offenen herzen geht genauso wie wenn dir irgendeinen ein nine to five angestellter der nichts mit finanzen zu tun hat erzählt wie du deine portfolios zu handhaben hast ganz wichtig so ist es und ihr könnt ja gerne mal eure erfahrungen in den chat hier mit rein schreiben das würde mich natürlich auch interessieren oder uns interessieren ob ihr gerade ebenen aufflackern mitbekommt von zum beispiel arbeitskollegen von freunden im engeren kreis im entfernteren kreis die sich auf einmal von heute auf morgen wieder gemeldet haben fragen wie ist das eigentlich du bist doch irgendwie mit krypto irgendwie am machen bitcoin was solchen jetzt machen soll ich jetzt investieren ich glaube das haben wir in den letzten wochen gefühlt alle erlebt aber mich würde natürlich noch mal eure perspektive dazu interessieren und ich hatte hier gerade noch eine aussage erst mal von die wurst vom schanzenhof ich bin lange dabei bis einer der wenigen guten krypto youtuber das freut mich natürlich und delft gehört glücklicherweise auch dazu das übernehme ich jetzt einfach mal auch wenn du es nicht geschrieben was hast du bestimmt auch gemeint und ansonsten hatten wir hier gerade noch eine frage die ich gesehen habe glaubt ihr auch dass sie den markt momentan manipulieren um die neuen rauszuspielen also es fühlt sich ab und zu so an als würden wir so liquiditäts hunting haben wenn man sich so die heatmap anguckt da gibt es ja immer wieder bereiche wo wir entweder vermehrt dem short position oder long position haben und das fühlt sich so an als würde schon einen schlag an investoren so ein bisschen damit eben auch spekulieren und versuchen eben bestimmte überhebelte positionen einfach immer wieder rauszuspülen aber dafür musst du natürlich auch eine entsprechende größenordnung an kapital eben zur verfügung haben um den markt wirklich bewegen zu können und das ist natürlich umso größer der markt wird umso schwieriger und deswegen halte ich eben manipulation für kaum noch möglich ich meine wer denn heute ein wirkliches interesse daran dass der kurs eben deutlich unter dem aktuellen wert liegt ja eigentlich kaum jemand die meisten wollen doch erst einmal profit haben klar wenn es jetzt um die akkumulationsfrage geht aber die konsequenz ist ja auch dass wir gegebenenfalls zu stark korrigieren und dass dann eben ein schneeball zu einer absoluten lawine wird und dann der gesamte markt runtergerissen wird deswegen ist es natürlich immer ein spiel mit dem feuer aber natürlich kann man sich nie sicher sein wir haben sehr vermögen investoren am markt und die haben natürlich schon eine gewisse kontrolle und die etfs haben natürlich auch jetzt mittlerweile eine größe erreicht die können definitiv den markt bewegen die frage ist halt ob sie wirklich ein interesse daran haben mit einem regulierten produkt das ewig gedauert hat was es durchgewunken wurde nun eben spielchen zu treiben und das halte ich für unrealistisch ja so in der thematik halte ich es auch für unrealistisch beziehungsweise kann ich mir einfach nicht vorstellen aber was wir natürlich nicht vergessen dürfen so auf dem ganz normalen regulären crypto btc markt etc haben wir natürlich extrem 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 viele wahl die also zumindest wenn wir mal von den ganzen letzten bull runs sprechen können oder auch so diese swaps von bull run zu bear market und so definitiv einige schindluder getrieben wurden und einiges auch manipuliert wurde abgesprochen wurde um einfach kurse zu zu dampen zu pampen und deswegen also passiert natürlich immer noch auf dem krypto markt aber in bezug jetzt auf die auf die auf die cbdc sache halte ich für für eher unwahrscheinlich wie viel auch schon gesagt hat und was natürlich auch noch dazu kommt was viel gerade auch noch mal mit mit angemerkt hat mein umso größer der markt wird umso mehr kapital da drin ist umso unwahrscheinlicher wird es dann halt auch irgendwann weil das dann halt auch umso größer das ganze wird halt so umso besser verteilt ist es dann halt einfach und das gibt dann natürlich auch noch mal sicherheit aber ja so ganz weiß ich nicht so ich denke das dauert schon noch ein paar jährchen bis wir wirklich sagen können da wird überhaupt nichts mehr in die richtung gemacht aber wahrscheinlich wird es immer so ein bisschen mitspielen fast schon jetzt habe ich gerade noch gesehen einer hat hier fetsch reingeschrieben dann habe ich nämlich heute auch schon beobachtet und der ist heute auch noch mal 15 prozent hoch wenn wir auf die letzten vier wochen schauen über 380 prozent und war ja auch einer der ai coins wo ich gesagt habe das ist eigentlich mein favorit also für alle die investiert sind ich habe auch heute schon auf insta einige nachrichten gekriegt mit screenshots von portfolios und a danke dave was geht ab da auf jeden fall gg an alle die fetsch.ai mitgenommen haben auf jeden fall sehr sehr stark ich bin gespannt was da abgeht im bullrun wenn der jetzt schon so durchzieht chapeau chapeau sehr sehr geil und weil ich jetzt hier auch das eine oder andere mal schon die frage gestellt habe zu meinem titel was meint ihr mit 0,01 btc bis 2030 da geht es grundsätzlich einfach um diese massive verknappung die stattfindet ja die haben wir heute schon und sie wird spätestens in 43 tagen ich glaube es waren 42 tagen laut kein market cap noch mal deutlich zunehmen und das bedeutet eben dass es in zukunft kaum noch möglich sein wird 0,01 btc zu kaufen für die meisten investoren ja wir haben einfach extrem große parteien die heute mitmischen wir haben einige daten uns gerade schon dazu angeguckt und das interesse ebbt ja nicht ab es wird ja größer wir haben jetzt auch noch die these mit offen dass ein pensionsfonds anfangen möchte gegebenenfalls eben ja kapital in bitcoin zu stecken um für die rente und so weiter mit aufzubauen und wenn das eben massentauglich wird und warum sollte das heute nicht mehr der fall sein wenn wir eben spotty tfs haben die man eben sauber besparen kann über alle möglichen broker dann sind das größenordnungen die eben erreicht werden über einen längeren zeitraum die eben dazu führen dass das gesamte angebot massivst verknappt wird und auf der anderen seite eben auch der preis dadurch eben ansteigt und dann haben wir irgendwann den fall dass eben ein btc bei über 100k liegt und ich halte diese zahlen die dave ab und zu auch mal genannt hat von weit über 100k nicht mehr für unrealistisch nicht innerhalb von den nächsten vier wochen natürlich auch nicht innerhalb der nächsten zwei jahre aber über einen längeren zeitraum haben wir eben eine ja gigantische verknappung die eben dazu führen wird dass der preis explodiert und jeder der sich eben dazu entschieden hat an die wall street und co bestände abzugeben der wird dann eben in die röhre gucken wenn er dann sieht wo btc steht und was dann eben 0,01 btc zum beispiel wert ist und das kann sich dann eben ja nicht mehr der orthonormalverbraucher eben leisten deswegen ist es umso wichtiger langfristigen horizont zu haben das ist meine persönliche perspektive und das kann natürlich jeder selber machen und selber entscheiden aber für mich ist das eine ziemlich klare geschichte bitcoin seitig ja also ich denke bei bitcoin brauchen wir groß nicht nicht drüber reden aber schauen wir mal wie weit es uns hoch treibt also in dem brunnen also ich bin bei bitcoin ist es echt halt immer am krassesten meinen soll man eine umfrage machen gerne btc kursschätzung passt mal auf dann könnt ihr nämlich auch mit abstimmen umfrage starten ähm wie weit wird btc im bullrun steigen dann machen wir mal was soll man für antwortmöglichkeiten machen 50 bis 70 k machen wir 70 bis weiß nicht 100 vielleicht 70 immer oder noch inzwischen aber wir haben nur viele felder na ja komm dann machen wir mal 70 k bis 100 k dann machen war 100 k bis 150 und dann einfach 150 plus oder 150 plus her 150 k plus ok umfrage ist raus und frage ist raus gerne mitmachen und weil er einige grad noch mal reingeschrieben hatten weil ich auch gemeint habt gibt es schon den ein oder anderen der euch von der seite blöd an pumpt ne wegen crypto auch ganz unterschiedlich hier helena schreibt bei mir noch nicht gerade dann haben wir hier was ist arbeiten work smart not hard also es fragt niemand absolut niemand von alexander winkler ok krass es interessiert sich keiner dafür und wenn ich darüber rede gucken mich alle an als welchen clown captain levy ja also deswegen ist es auch finde ich wichtig sich zumindest mit leuten zu umgeben die auch irgendwie denselben film fahren weil gerade auch um sich so ein bisschen zu motivieren am anfang finde ich ist das gerade halt sehr sehr wichtig sonst denkst du halt irgendwann echt so was mache ich eigentlich so jeder ausnahmslos jeder redet schlecht sagt zu mir lass das vielleicht ist es wirklich falsch dann zahlst du alles aus und schaust fünf jahre später drauf und denkst ja super jetzt hätte ich hätte ich meinen normalen shop an nagel hängen können super danke dafür freunde was hat man noch eine freundin aus brasilien hat mir gesagt dass in brasilien schon sehr viel in den medien kommt bdc auf rekord hoch et cetera hier ist noch nichts gefühlt sieht man auch an den google trends ja krass okay das in brasilien das schon in medien krass vertreten ist ist natürlich auch eine geile info also wusste ich jetzt auch nicht weil wenn das jetzt mal auf deutschland österreich schweiz beziehst ist es ja wirklich sehr sehr ruhig also medienseitig echt noch tote hose da geht gar nichts und sonst hier also die meisten schreiben rein bisher wurden sie noch nicht groß angesprochen bis auf einen kumpel interessiert niemanden die meisten schlafen noch immer aber was ich eigentlich auch noch ganz gut fand das war nämlich von alexander genau ich bin sehr offen gibt gern mein wissen weiter aber was krypto angeht bin ich seit 2017 ein allein unterhalter sehr gute entscheidung clever so weil wahrscheinlich hast du halt auch gemerkt irgendwann so du du redest halt gegen eine wand bei den leuten so von dem her alles richtig gemacht weil das ist alles nur unnötiges kopfgeficke es ist halt immer noch crazy dass es die also so viele menschen da draußen gibt die das thema nicht für folgen nämlich habe auch natürlich gespräche geführt vor allem in der letzten zeit by the way wir haben übrigens 68.000 dollar wieder zurückerobert sehr gut chapeau an uns alle die eben angefangen haben natürlich fragen zu stellen und auf der anderen seite immer noch den nebensatz genannt haben naja dann gehe ich damit ein bisschen spekulationsgeld rein ich schreibe das geld mal sicherheitshalber schon mal ab und so weiter wo ich mir so denke alter wir sprechen hier gerade nicht von irgendwelchen meme coins ja die dann irgendwie eine ganz eigenartige marktkapitalisierung haben kein use case kein team wo alles irgendwie auf hype aufgebaut ist sondern du fragst sie gerade soll ich in bitcoin investieren oder soll ich in eth investieren so von also wir sprechen von den beiden größten projekten die es international gibt kryptoseitig und gerade beim bitcoin ja da haben wir gerade schon darüber gesprochen wenn ich da eins und eins zusammenrechne dann gibt es da nicht viele risiken man kann es nie ausschließen ganz klar und wir werden sicherlich auch wieder einen bären markt bekommen wo vielleicht der preis eben entsprechend korrigiert im verhältnis zum aktuellen zeitpunkt aber dennoch ist das gerade long term ja eine so brillante geschichte dass ich mich doch dazu entscheiden würde dann eben kontinuierlich per dca zum beispiel wenn ich mir unsicher bin eben positionen aufzubauen und nicht darüber spreche dass es eben spekulationsobjekte sind aber ja da ist halt einfach das wissen nicht vorhanden die wenigsten menschen haben finanzielle bildung ja und dann natürlich das noch mal in den crypto space daneben umzuwandeln das ist halt dann schon die champions liegt also ich würde sagen wir befinden uns in der champions league alle die hier dabei sind sind bereits dabei spielen in der höchsten spielklasse und dann ist es natürlich auch nicht weiter verwunderlich dass es eben die meisten nicht verstehen klar auch robert schreibt auch noch mal ganz passendes beispiel dazu rein versucht mal die generation eurer eltern von crypto zu überzeugen diese wand lässt sich nur ganz schwer durchbrechen absolut weil ich meine klar man kann es ihnen natürlich auch nicht verübeln dem großteil weil ich meine überlegt mal wie die aufgewachsen sind die meisten ohne ohne internet also wenn du okay von den eltern jetzt nicht unbedingt aber doch auch die kindheit hatten sie nicht mehr also wir sind ja schon allein mit der kindheit sei jetzt mal ganz anders damit konfrontiert worden in der jetzigen generation einen nach uns noch mal viel krasser aber sag mal unsere eltern sind ohne internet in der kindheit gewesen ohne smartphones in der kindheit gewesen bei unseren oma opas brauchen wir erst gar nicht anfangen also die haben mit ganz anderen sachen in der kindheit gespielt aber definitiv nicht mit smartphones und tik tok und snap mir mal hier was so und sagt den leuten mal also pass auf wir haben hier im internet eine crypto währung die nennt sich bitcoin und das ist ein super investment pack da mal eine altersversorgerein so was ist das wie wo wie kann ich das anfassen was kaufe ich da also dann da kannst du halt da redest du immer gegen eine wand also egal wie du es denen erklärst die meisten sagen dann nee also finde ich zu heiß da lasse ich die finger davon ist das hört sich ganz dubios an vor allem wenn du halt auch noch sagst was da die letzten jahre passiert ist profitabel also prozentual dann sind die meisten halt raus weil sie auch sagen was wie mehrere tausend prozent wie was wie wo sind wir hier auf dem kann ja nicht sein also da da will doch jemand mein geld und vor allem mein msci world der macht 14 prozent im jahr also so besser geht es ja eigentlich gar nicht was willst du mehr ja eben das ist doch das beste hat mein finanzberater gesagt so ist es mit der resta um meinem sparbuch so ist ja wo ich 0,14 prozent bekommen aber meine gebühren bei drei prozent oder was keine ahnung ja das ist also man 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 aber es ist halt tatsächlich genau das bild was ich hier auch lese na also entweder ihr leistet überzeugungsarbeit oder die die nicht zuhören wollten die wollen jetzt eben wo der preis einfach viel zu hoch schon ist jetzt eben anfangen zu investieren es ist wirklich überall das gleiche bild ist doch traurig auf der anderen seite bestätigt mich das natürlich auch wieder in unserer grundhaltung ich meine wir haben ja nicht erst seit gestern angefangen über dieses thema zu sprechen wir tun das seit jahren mittlerweile und es ist schön dass wir mittlerweile euch haben die hier die inhalte sich mit angucken und die ihm verstanden haben welche chancen damit einhergehen aber wir werden natürlich am ende nicht alle davon überzeugen können und das ist auch vollkommen in ordnung für mich und ja es wird weitergehen wir werden dann eben mit unseren lamborginis und so weiter ist natürlich nur witz an der stelle dann eben durch die stadt fahren und von unserem reichtum daneben also alles zeigen was wir so gemacht haben klar und ich meine hier im hintergrund auch mal kronos da geht er jetzt auch schon mal so wir sind im zweiten gang sag ich mal wir sind im zweiten gang noch hängt ein bisschen woche 42 prozent letzten monat knapp 90 es geht in die richtige richtung wollen wir mal ein bisschen raus so wenn wir uns mal den letzten monat anschauen sieht es ja schon mal ganz ganz nice eigentlich aus aber ich bin mir relativ sicher no financial advice hat sich mal komplett beknackt an aber so ihr wisst ich bin fan von kronos und könnte man einfach gut vorstellen dass dann wohl an einiges geht weil mein wie gesagt einen bärenmarkt haben sie jetzt glaube ich extrem kapital gespart so und weil du hast halt im bulber im bull run also keine werbefläche irgendwo irgendwo im sportbereich gesehen die nicht zugekleistert war mit dem mit dem crypto.com schriftzug und dem logo aber ich denke das geht bald wieder los ich meine die wissen ja auch wann sind gute zeiten wann können wir neue kunden gewinnen et cetera also denkt da wird bald wieder die finanzspritze gedrückt hast du dazu schon damit die neuigkeiten mitbekommen nein nein die haben doch heute ein announcement gemacht dann schicke ich dir das mal mit rüber ja und zwar gibt es jetzt die möglichkeit ich gucke gerade wo ist der post dazu ich finde jetzt natürlich genau in dem moment nicht dass den offiziellen post wahrscheinlich aber ist gar kein problem doch hier ist crypto.com wir können noch mal zwischendurch mal den alex grüßen habe ich auch im chat finanzielle freiheit an kryptowährungen mein lieber grüße gehen raus schaust du in gano gegen aber wie heißt der schwarze boxer der jüngere scheint heißt ein moderner moderner hier wie heißt er muhammad ali schreibt sie mal rein ich will mir fällt sein name nicht ein auf jeden fall am wochenende kämpft er ich hoffe alex du schaust es dir auch an ich werde es mir definitiv geben anthony joshua hat noch keiner reingeschrieben ich bin drauf gekommen auf jeden fall könnte ein geiler kampf werden auch wenn das natürlich ein absoluter money fight ist das merkst du ja schon in dieser ganzen homo geschichte ich glaube allein dieser trailer wo sie diese videos und so geschnitten haben sind millionen ausgegeben genau anthony joshua danny danke dir und alex schreibt doch rein gano gegen h lichtprogramm definitiv mein lieber das werden wir uns auf jeden fall reinziehen habe ich bock und hier hast du es den link habe ich gerade rüber geschickt genau also ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das allergrößte announcement dass wir jemals gesehen haben kommt kommt seit ich aber es wird dann eben so sein dass wenn man seine karte als bestands user und oder als neuer user auf diese entsprechenden niveaus eben hebt dass man dann quasi nachdem man sich zum beispiel ein iphone 15 aus dem store gekauft hat oder einen macbook pro dass man dann eben den gesamten gegenwert in cro da noch mal rückvergütet bekommt von crypto.com also hier wird auf jeden fall wieder einiges an geld in die hand genommen und man möchte damit glaube ich noch mal ein paar leute dazu animieren nun die karten entsprechend zu upgraden aktiv natürlich auch zu nutzen ich meine sie funktionieren super aber ja jetzt haben sie die chance wahrscheinlich gewittert sich so ein bisschen wieder abzuheben von allen anderen zentralisierten exchanges und ob das jetzt ein kluger schachzug ist oder nicht das werden wir dann herausfinden aber die idee ist auf jeden fall gar nicht so schlecht das ist mega stark dann kann ich jetzt direkt mein vollständiges apple paket abholen richtig gelesen habe ja du musst es halt quasi einmal kaufen und dann kriegst du das was du ausgegeben hast mit einem bon und so weiter in form von crore dann wieder rückerstattet was heißt vollständiges apple paket werden macbook pro und iphone 15 vielleicht du kannst ja in dem zweiten post einfach unten auf die details die meine güte details gehen details jetzt habe ich es genau und da gibt es einen link und dort steht dann auch dass wir hier von apple vision pro sprechen vom macbook pro vom iphone 15 pro und der apple watch das heißt also bis zu 20.000 dollar in form von crore würde man dann rückerstattet bekommen okay das wusste ich nicht heftig okay aber das ist ja echt nice das heißt wenn du eh gerade irgendwie dabei bist keine ahnung ich will auf apple umsteigen oder ich hole mir ein neues iphone oder ich mache dies jenes macbook kannst du einfach sagen du ich krieg dieselbe menge noch mal in crore quasi auf dein wallet das ist geil okay na gut dann geht da schon noch mal ein bisschen was habe ich bisher noch gar nicht gehört gehabt aber ja das war auch so meine vermutung dass die sich da einiges einfallen lassen werden und natürlich auch auf allen großen bühnen leinwänden etc zu sehen sind und da wird einiges passieren meiner meinung nach und ihr wisst marketing ist die halbe miete so ist es damit steht und fällt alles und übrigens an der stelle wäre es total wunderbar ein däumchen nach oben dazu lassen bei mir bei dave unterstützt uns ist aber auch kostenlos von daher eine wunderbare geschichte 105 daumen hoch freunde wissen 300 mann umfrage ist auch noch drin die könnt ihr gerne machen in dem zug dann kurz auf den daumen hoch klicken geht eine sekunde ist umsonst wir verlangen hier kein geld wird uns natürlich freuen weil die 200 müssen wir knacken hier im stream also die müssen wir knacken hier sonst sonst bin ich kissig sage ich dir und daniel hat hier gerade geschrieben jungs was denkt ihr wie lange wird der bull markt anhalten und wann sehen wir zirka das top wichtig wegen der steuer auch wenn wir das ath jetzt vor dem harbing haben könnten wir schon 2024 crashen es ist die frage die wir gefühlt in jedem stream bekommen und jeder wünscht sich eine antwort von uns dass wir sie exakt auf den tag definieren und am besten auch eine uhrzeit bis auf die millisekunde runter gebrochen so funktioniert das natürlich nicht also der kryptowährungsmarkt vor neben bitcoin und die ganzen alt konnte sie dazugehören die machen halt das worauf sie am meisten bock haben und zwar nicht prognostizierbar zu sein wir sehen ganz ganz viele elemente die positiv laufen die den ganzen markt auf eine ganz andere ebene gehoben haben und natürlich haben wir das potenzial das ath ein zweites mal in diesem jahr zu brechen auch vor dem harbing dafür sprechen einfach so viele dinge gerade und trotzdem ist es nicht sicher ob wir jetzt 24 das also das top sehen oder ob wir 25 das top sehen das kann halt keiner prognostizieren ja wenn du jetzt mein bauchgefühl fragen würdest dann würde ich wahrscheinlich sagen aller spätestens irgendwo q2 2025 und dazwischen kann irgendwie alles passieren ein jahr im crypto space das ist gewaltig viel zeit da kann so viel schief gehen da kann so viel glücklich laufen und gut laufen dass man das einfach nicht sagen kann und deswegen würde ich mich da auch nicht verrückt machen wenn das jetzt heute oder morgen oder übermorgen soweit wäre dann und du eben nicht in diese haltefrist thematik geben rein fällst dann ist es halt einfach so dann nimmst du halt einfach deine gewinne vom tisch und kümmerst dich dann um den ganzen kram machst alles so sauber wie möglich oder was heißt wie möglich so sauber wie es eben sauber sein muss und dann ist doch alles in ordnung und dann reinvestiert man irgendwann später wieder aber jetzt unbedingt auf diese haltefrist thematik irgendwie warten auf krampf und dadurch das top dann eben zu vernachlässigen das halte ich eben für absolut falsch und nicht rational vor allem weil es hat man so ist wie viel es gesagt dazu wir können es nicht bestimmen wir können natürlich nur was meiner meinung nach so mit am meisten sinn macht halt einfach auf auf die verschiedenen daten schauen die wir auch aus den letzten jahren haben und so sich das ein oder andere oder so den ein oder anderen zusammenhang so ein bisschen greifbarer zu machen aber am ende des tages ist es halt trotzdem ein hoch spekulativer markt wo keiner dir irgendwelche daten genau erzählen kann und deswegen so also ich bin immer noch der meinung dass wir auf jeden fall auch sagen wir mal selbst wenn wir jetzt noch mal auf 70 72 73 vielleicht hochgehen sehe ich aber trotzdem erstmal nochmal einen stärkeren rückgang weil das geht mir alles zu schnell so das geht mir einfach alles zu schnell und deswegen sage ich dadurch wird es natürlich noch mal einige monate auch so ein bisschen rausgezögert und ich sage wir sehen das peak 2 25 24 glaube ich nicht auch wenn das natürlich eine absolut gewagte aussage auch ist wenn wir bei 67k stehen im märz ne so ich meine das jahr hat noch neun monate ich würde mal sagen 80 85 prozent würden sagen ne 24 guck mal was aktuell abgeht aber ne also ich sag 25 bleibt aber meiner meinung weil ich halt auch schon viel 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 zu oft einfach mitbekommen habe wie irgendein coin wie bitcoin ethereum oder sonst was am top stand oder nähe all time high stand und es alles sehr sehr gut aussah und der vielen creed index schau mal wo sind wir aktuell bei 88 steht die leute absolut euphorisch sind und jetzt geht's los jetzt ist nichts mehr nach hinten jetzt ist nur noch ein weg und er geht nach oben und das ist halt meistens dann der punkt wo man sagen muss ich glaube wenn alle das sagen sage ich genau das andere weil das ist dann das was zwischenzeitlich erstmal passiert aber gucken wir mal so ist es und wir können uns natürlich auch noch mal spannender weise die daten angucken wie gerade bitcoin im verhältnis zu zum beispiel zu silber und so weiter performt leider gottes das ist spannend leider gottes haben wir den platz den achten platz hier wieder verloren an silber ich habe schon die screenshots gesehen ich glaube es waren dann bei 68 69.000 us dollar circa haben wir eben silber überholt und da waren wir auf platz acht ja zum jetzigen zeitpunkt sind wir leider auf platz neun unterwegs aber auch hier wieder die aussage ihr müsst euch mal vor augen halten wo wir da gerade stehen und zwischen welchen companies und so weiter wir uns da bewegen und vor allem was da noch vor uns liegt ja wenn ich meine wir sehen es oben gold ist auf platz eins mit knapp 14 billionen us dollar mark kapitalisierung und ich sage euch das ist nur eine frage der zeit bis bitcoin auch mit gold da oben anfangen wird eben zu feiten und es dann am ende nur eine einzige und klare nummer eins geben wird und da lege ich mich gerne fest ich weiß zwar nicht wann das passiert aber ich sage bitcoin wird irgendwann da oben alleine stehen und quasi den max verstappen machen ja also und mit einem massiven abstand mit drei überrundungen und so weiter dann eben das rennen für sich eben entscheiden da so sage ich auch sage ich auch es ist natürlich muss man ganz klar sagen so was wird natürlich nicht dieses jahr nicht nächstes jahr nicht übernächstes jahr und auch nicht in vier jahren passieren aber dass so was in innerhalb der nächsten zehn 15 jahre 20 jahre sage ich mal relativ wahrscheinlich ist bin ich dabei und ich meine schau dich allein mal den abstand an ich meine wir haben hier erst mal die unternehmen der unternehmen mit drin ich meine wir haben hier auf der 2 microsoft apple nvidia sie machen viel mit hier wie heißt speicher hier grafikkarten et cetera dann haben wir saudi aramco amazon alphabet dann natürlich silber dann meta platforms also facebook da müsste ich auch ins dazu gehören oder meine ich nur dann haben wir berkshire heatherway tsmc elli lily protcom novo nordisk visa tesla jp morgan chase walmart ethereum auch schon auf der 21 also meine die kryptos sind im kommen und ich meine hier ne ich meine schaut euch mal die differenz an also ich sag mal von platz 9 bis platz 2 da sind maximal drei sage ich mal noch nach diesem run maximal zwei bull run sage ich dann sind wir da mindestens auf platz zwei und gold wird abgesägt früher oder später und auf 21 haben wir eth aktuell und das würde ich dann eben auch einfach mal ein bisschen provokant hier in den raum werfen die wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering dass eth auch in zukunft wenn alles funktioniert selbstverständlich alles reibungslos läuft ja das und vor allem über silber steht weil dann wäre wieder alles so wie es gefühlt immer war wie wir es sowieso kennen wenn wir kein market cap heute aufmachen 1 btc 2 eth und wir würden es dann da genauso sehen es ist ja vergleichbar wie mit gold und silber ja die das ganz klar wer die nummer eins ist und wer die nummer zwei ist und das sehe ich dann eben auch markkapitalisierung seite in zukunft dieser liste es wird einfach gigantisch und ich freue mich extrem darauf dass wir immer noch sehr sehr früh dabei sind dass wir die richtigen entscheidungen getroffen haben und das eben noch so viel weg vor uns liegt ja wir haben die ganzen retailer aktuell noch nicht wirklich am markt ja wir haben aktuell nur 13 oder 14 jetzt weiß ich gerade kann ich genau etfs die am start sind und das ist halt eine ziemlich geringe menge und vor allem wissen wir was in zukunft noch passiert es werden aktuell schon verschiedene anträge durch verhandelt mit der sec und co um weitere produkte zu launchen vanguard zum beispiel wird in zukunft wahrscheinlich auch die etfs dann eben handelbar machen da ist ja dies der ceo nach 33 jahren entlassen worden oder vielleicht auch zurückgetreten was da am ende passiert ist ist natürlich wieder ganz unklar aber auch da hat man ordentlich probleme bekommen haben es ja am anfang schon gesagt 50 milliarden us dollar in form von bitcoin halten sie aktuell das volumen ist noch mal exorbitant höher und das sind alles so sachen die kommen jetzt gerade erst noch ja wir sind gerade immer noch am anfang obwohl wir schon so gut dastehen sowas von am anfang und die 60 k sind einfach das neue normal das ist verrückt sind sehr genau weil du weil die sie gerade noch mal angesprochen hast ich mein schauen wir uns mal was warten bei ethereum im letzten run weißt du da die markt cap am peak nee ja ich weiß jetzt auch nicht genau aber ich würde mal sagen wahrscheinlich auch so richtung sechs siebenhundert mit sagt mal 600 milliarden ich weiß es aber nicht genau und ich meine wir haben jetzt hier ethereum auf der 21 mit 460 milliarden also wundert euch nicht über das b ihr wisst in englisch ist es immer eins höher also milliarden sind billions und so weiter aber es ist milliarden und ich meine schaut euch mal den den sprung an also ich meine wir haben bis platz 11 bis berkshire heathaway 865 das heißt wir haben hier eine differenz von roundabout 400 milliarden und ich sag mal ein richtiger bullrun der richtig zündet dann sehe ich ethereum schon irgendwo nahe der top ten und wenn wir erstmal auf so einem level sind natürlich wird danach ein bärenmarkt kommen und das ganze wird dann erstmal wieder gut gedämpft die die plätze werden dann erstmal wieder zwischenzeitlich verloren aber ich sag mal der sinn ist ja auch irgendwann umso größer und umso stärker der ganze krypto markt wird umso also nicht mehr ganz so krass volatil ist er dann einfach dass es sich dann schon irgendwann sag mal so ein bisschen ein pendelt deswegen sagen wir auch schon seit jahren halt einfach es ist noch eine chance so vor zwei jahren haben wir schon gesagt langsam wird es knapp jetzt sagen wir immer noch okay man kann immer noch günstig einkaufen klar man kann immer noch kohle machen aber ich sag mal wenn wir jetzt noch den ein oder anderen bullrunner leben dann wird es halt schon irgendwann dünne natürlich wird es immer irgendwelche kleinen small caps geben in die man investieren kann und so weiter aber ich meine ich und viel sind jetzt schon eher so eingestellt dass wir uns hauptsächlich halt auf bitcoin ethereum und dann halt noch eine handvoll altcoins halt konzentrieren klar ich bin auch so ein bisschen am zocken aber ich bin da jetzt nicht so tief drin dass ich dass ich mich da jeden tag stundenlang einles und guck was haben wir hier für small caps das geht bestimmt noch ab und so ja sowas wird es natürlich immer geben aber ich sag mal die großen werden sich irgendwann vorne festsetzen und dann ich sag mal dann ist es halt zumindest bei denen zu spät um da jetzt irgendwie dann irgendwie mal kurzen 10x oder so zu erwarten so ist es und ich sehe ja schon einige kommentare die sagen gold wird never ever abgesägt und also eth kann man nicht mit bitcoin vergleichen und co das sind ja auch gar nicht unsere also ist ja nicht unser maßstab das haben wir auch gar nicht getan wir zeigen einfach nur auf aus unserer perspektive was wir in zukunft eben für realistisch halten und für uns ist es realistisch dass bitcoin einfach aufgrund dieser einzigartigen eigenschaften die nummer eins sein wird vielleicht nicht renditeseitig auf die längste frist ja darum geht es aber auch gar nicht sondern es geht darum eben langzeit investments zu tätigen die eben sinnvoll sind und die gute erträge bringen und bitcoin ist einer der garanten dafür und es gibt eben nicht ohne grund so viele verschiedene parteien die heute angefangen haben btc bestände mit ins portfolio aufzunehmen ich habe auch heute daten gesehen dass tesla wohl wieder angefangen hätte bitcoin bestände aufzubauen ja auch das ist natürlich ein indikator dafür dass da einfach richtig viel am brodeln ist und es ist ja ganz klar dass eth ganz anders funktioniert und dass man bitcoin mit eth nicht vergleichen kann wenn es um die eigenschaften und so weiter geht also vielleicht bei wenn es um die grundkonstitution geht vielleicht schon aber ansonsten sind da ein paar parameter einfach komplett unterschiedlich und in der vergangenheit haben die menschen um noch kurz auf das thema gold einzugehen auch nicht gedacht dass der gold standard abgeschafft wird ja heute stehen wir aber ohne da wir haben einfach unfassbar viel neues kapital dass jeden tag gefühlter zukommt die geldmenge wird permanent erhöht wir haben massive probleme mit inflation wir haben zins thematiken die da sind also ich meine wort uns das alles hingebracht ja das hat auch niemand für voll genommen und heute stehen wir einfach an einem ziemlich eigenartigen punkt und diskutieren darüber dass btc in zukunft eben die nummer eins sein wird und davon weiche ich eben auch nicht ab ja und vor allem jetzt meintens wird natürlich auch spieler so ein bisschen rein geschrieben ja ich denke aber das gold nicht abgelöst wird kummer das ist ja immer das ist wieder diese sache wo ich auch gesagt habe mit leute ändern selbst sehr schnell ihre meinung auch also das ist ja genau dasselbe wie wenn man jetzt hier auf den preis gucken wir stehen gerade bei 67.800 wenn du jetzt leute fragst sehen wir die 100.000 sagen dir neun von zehn leuten ja definitiv jetzt lass bitcoin mal wieder abstürzen lass einfach mal bild bitcoin innerhalb von einer woche wir sitzen nächsten donnerstag hier im livestream und bitcoin steht bei 40.000 wir machen dieselbe umfrage dann sagen neun von zehn leuten nein wir werden es nicht erreichen das ist immer so ein ding und das ist halt genau dasselbe auch gerade hier nur weil es halt jetzt noch sehr sehr weit entfernt ist sagen wahrscheinlich neun von zehn das also das ist zu heftig der sprung aber umso näher wir diesem ganzen ding kommen und das machen wir jahr für jahr werden es natürlich immer mehr leute dann wieder ihre meinung ändern und wenn wir kurz davor sind dann werden alle sagen ja also klar das habe ich schon immer gesagt also gold ja ja der wird abgelöst bitcoin ist ja ein riesen ding also das darfst du nicht vergessen das ist halt immer so das ding ja und man kann die leute einfach auch nicht verändern diesbezüglich aber auch hier können wir uns noch mal die historischen daten mal mit angucken um noch mal ein gefühl dafür zu bekommen wo wir eigentlich herkommen die den post haben wir uns auch schon letzte woche kurz angeguckt ich will gar nicht ins detail gehen sondern einfach nur noch mal kurz die grafik hier mit aufrufen die einfach auch wieder eine ganz eindeutige sprache spricht also das sind quasi die anstiege die wir in der vergangenheit gesehen haben und wir sprechen hier wirklich von einem multiplikator ja also von 480 x von 550 x wenn 122 x und eben auch am ende 2020 bis 21 dann von einem 16 x ja und das hat auch nie jemand für möglich gehalten selbstverständlich sind die parameter anders gewesen und so weiter aber heute sind wir mit einem so sicheren und so starken fundament einfach unterwegs dass es in zukunft sehr wahrscheinlich ist dass wir wenn wir auf 40 korrigieren deutlich das potenzial haben über 100 zu gehen also sind einfach ganz andere sachen wir haben in den vergangenen bull runs nie wirklich institutionen gehabt die eben milliarden in den markt gepumpt haben wir hatten nie irgendwelche behörden und so weiter die sich mit dem thema beschäftigt haben und das ist in der vergangenheit nur retailer getrieben gewesen da war das die erste emotion immer fomo 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 und dann anschließend gab es dann fad und alle sind dann wieder aus dem markt rausgestolpert ja schönes dump money was dann eben umgeschichtet worden ist die wale wurden größer und alles war vorbei aber die die ganzen karten sind jetzt neu gemischt worden wir sind an einem ganz anderen punkt und wir werden eine zukunft erleben die sich heute keiner vorstellen kann und ihr könnt uns für verrückt erklären ihr werdet es erleben wir sagen dass seit jahren und bis jetzt haben wir recht behalten damit also mich würde es wundern wenn es anders laufen würde also ich sage es immer wieder der krypto markt ist noch sehr sehr jung so das fing 2008 an wir haben jetzt 2024 und jetzt schaut einfach mal ich meine man kann ja auch so viel einfach mal recherchieren durch durch das gottgegebene internet dass wir heutzutage gott sei dank alle haben und dann einfach mal gucken was gibt es denn schaut einfach mal jetzt nimmt mal die 20 größten märkte der welt und schaut mal auf die historie der der märkte und dann merkt werdet ihr relativ schnell merken dass das schon eine sehr sehr lange zeit ist und das mit der block chain technologie mit kryptowährung mit bitcoin ist halt einfach eine relativ neue sache und da schau auf den kalender so dann weißt du eigentlich okay gut ich habe es jetzt verglichen mit den ganzen anderen sachen du ich würde sagen wir noch relativ früh dabei auch wenn ich persönlich jetzt schon sagt um die richtig richtig dicken gewinnen mitzumachen ist für mich in diesem bull run wirklich dann so der zug dann auch noch mal abgefahren sage ich jetzt mal beziehungsweise im letzten bull wann habe ich noch gesagt du selbst wenn wir jetzt noch ein bisschen steigen oder noch irgendwo so am anfang vom bull run sind du kann man immer noch einkaufen wenn man es im griff hat das verfolgt und das schlau macht aber jetzt zum beispiel wie gesagt ich habe 40k überhaupt keine btc mehr nachgekauft weil das halt einfach so meine strategie ist ich kenne auch viele die sagen du ich habe weiter gekauft bis auf 50 ich kaufe bei 60 noch ich mache jetzt noch genau das hat mir auch ein bekannter von meinem oder mein vater hat mir das erzählt über einen bekannten von ihm der ist letztens zu ihm gekommen ins geschäft und dazu gemeint ja du ich habe gehört hier dein sohn macht ja auch was mit krypto und so und ich habe jetzt auch angefangen in bitcoin zu investieren und dann mein vater gemeint okay und also wie machst du das so und er hat relativ viel kohle also der typ mit dem mein vater geredet hat und dann hat er gemeint er hat jetzt einen sparplan laufen wo er 1000 euro jeden monat in bitcoin investiert so der typ hat glaube ich 500 mitarbeiter so den den jucken die 1000 euro nicht aber halt einfach gesagt du kann mir vorstellen wenn das wirklich in den nächsten jahren so hoch gelobt wie das wird und dann wirklich auf eine halbe million oder noch höher geht steigt dann mache ich das jetzt einfach auch wenn wir gerade nicht am perfekten zeitpunkt sind er nimmt jetzt einfach jeden monat 1000 euro und investiert die in bitcoin dauerhaft die nächsten paar jahre so auch wenn ich davon jetzt kein fan bin wie er das macht er ist halt auch kein hat nichts mit krypto zu tun aber ich sag mal selbst die methode wird sich auf zehn jahre auszahlen so ich meine klar es gibt bessere zeitpunkte um rein zu gehen aber bitcoin hat noch nie enttäuscht und wenn wir wirklich von den preisen ausgehen die die erwartet werden und die werden kommen so ne ich meine ihr dürft nicht vergessen die halbings die die kann man nicht abblasen oder irgendwas werden alle jahre kommen so und das ist halt einfach dass das das entscheidende daran dass halt einfach auch eine künstliche knappheit indirekt quasi hervorgerufen wird und die nachfrage aber natürlich deutlich steigt und do your math sage ich dazu also ich würde es wundern wenn bitcoin nicht in den nächsten 15 jahren auf einer million steht so weit lehne ich mich aus dem fenster ja und ich würde das jetzt unterschreiben und das passt doch ganz gut von der zu der frage von tim p gerade die er geschrieben hat guten abend zusammen 100 euro wahrscheinlich monatlich investieren oder vielleicht auch nur prozent weiß ich nicht genau kannst du sonst noch gerne spezifizieren aber wir gehen mal von 100 euro aus 70 in s&p 500 und 30 in bitcoin oder all in in bitcoin langzeit invest beim bitcoin bekommt man den zinses zins nicht also ganz ehrlich ich würde nicht in den s&p 500 investieren sondern halt ja er bitcoin und vielleicht noch eine zweite kryptowährung mit aufbauen wenn sie jetzt erstmal um ein richtig vorsichtiges portfolio eben geht ja aber das ist meine meinung zu dem thema weil krypto für mich eben das größere potenzial eben aufweist und wir da eben deutlich mehr rendite langfristig erwarten können aber und das ist eben auch etwas was du im aktienumfeld nur einem kleineren stil meiner meinung nach erleben wirst du musst natürlich auch mit einem bärenmarkt zurecht kommen in welcher größenordnung der auch immer kommt er kann eben doch einige zeit eben vorherrschend sein und das dann eben durchzustehen und dort dann eben kontinuierlich weiter zu investieren das ist eben die hohe kunst viele investoren haben im verlaufe also zwischen 2021 und dem heutigen tag ja das ruder oder wie auch immer die segel weggeworfen haben keinen bock mehr auf den scheiß gehabt und wir sehen heute ja was es ihnen eben gebracht hat wir haben hatten das bottom bei ungefähr 13 14.000 us dollar heute stehen wir bei 67 es hat sich also gelohnt kontinuierlich daneben die sie weiter zu betreiben und das machst du mit einem sparplan und deswegen würde ich eher den weg gehen aber der kann gerne auch noch mal seine perspektive dazu geben kannst du noch mal die frage wiederholen ja klar 100 euro hat er gerade auch noch mal korrigiert monatlich investieren 70 in s&p 500 oder in den s&p 500 und 30 in bitcoin oder all in bitcoin was was wir empfehlen würden oder was ja 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 gut ich sag mal wenn du in den s&p 500 gehst mit in deiner rechnung waren sitzt von 100 euro 70 und 30 im bdc lohnt sich halt nicht also ich meine so wir haben durch den krypto markt meiner meinung nach halt echt eine möglichkeit dicke dicke profite zu machen und das auch schon mit ich sag mal 70 euro sparplänen habe ich auch schon gute gesehen von von zuschauern 100 euro sparplänen deswegen würde ich vermutlich anders drum machen auch wenn das jeder investment banker wahrscheinlich auch für schwachsinn halten wird aber gut die machen auch nur jedes jahr ihre sechs prozent und nicht mehr von dem her denke ich kann ich das sagen von dem her ich persönlich würde da eher einen schönen jetzt nicht unbedingt bitcoin aber einen schönen krypto sparplan machen wo man sagt ey du ich teile das auf in bitcoin in ethereum und dann noch mal irgendwie in altcoin deiner wahl wo du sagst den den sehe ich groß das ist ein anwendungsbereich der der spricht mich an jetzt mal unabhängig davon was was wir oder so haben sondern wirklich was dich anspricht wo du sagst ey keine ahnung medizin oder oder was auch immer also das ich finde das schon wichtig dass das wenn du auch ein portfolio der aufbaust dass wenn zum beispiel sagen wir mal dein bester freund schaut das portfolio an der auch sich mit crypto auskennt weiß was die projekte für verschiedene funktionen et cetera haben oder was sie was sie machen und er dann einfach sagt krass das passt zu dir so das ist eigentlich genau das worauf du wert legst zum beispiel das finde ich eigentlich dann ist eigentlich der idealfall so das kannst du auch ein bisschen vergleichen ja gut ist schon ein weiter schwenker so aber jetzt gehen wir mal ins uhrenbusiness zum beispiel weil das ist ja auch so da sind so viele leute immer nur am rum geiern und am rolex läden abklappern und am alles in bewegung setzen da irgendeine uhr irgendwie zum zum listenpreis zu bekommen um die dann möglichst schnell wieder mit gewinn irgendwo auf dem grau markt zu verkaufen und erstmal sehen dass die läden nicht gern das heißt wenn sie es mitbekommen fliegst du da eh direkt raus von der liste und dann brauchst du da gar keine rolex mehr abholen und zweitens das finde ich ganz ganz wichtig so wenn du zum beispiel irgendwie vor als jetzt ich ich will mir eine uhr kaufen so dann schauen ich diese ganzen hype videos von irgendwelchen rappern die sich da irgendwelche patek philipp nautilus 5711 komplett ruinieren und mit steinen besetzen lassen noch mal für ein 30er sondern schau dir einfach mal uhren an die du cool findest so es gibt ja viele luxus uhren auch schon ab 234.000 euro einfach was du cool findest und nicht immer nur nach hype gehen und sonst was weil das ist ja gerade der punkt dieses mit steine besetzen war ja jetzt so die letzten jahre extrem in aber was war das so du hast dein geld einfach nur verbrannt mit dem mit diesem dreck es ist immer noch mal was anderes natürlich wenn du uhren kauf die factory besetzt sind also vom werk aus original von patrick philippe von rolex oder von wem auch immer aber dieses nachjustieren wo man einfach dass das band quasi zerstört und bohrst ja da rein und setzt dann diamanten überall rein und deswegen finde ich es ganz ganz wichtig auch wenn das jetzt ein starker schwung war einfach das zu machen was man auch selbst feiert beziehungsweise was man selbst fühlt was man selbst in zukunft vielleicht groß sieht und nicht das was der mainstream immer macht weil jetzt im uhren business sind auch viele die letzten monate das letzte jahr auf die fresse geflogen weil sie eben nur diese ganzen hype sachen blind nachgemacht haben wie es die rapper gemacht haben der unterschied ist aber die rapper scheißen das geld und du dann vielleicht nicht und du denkst dir super jetzt habe ich eine uhr für 30 gekauft und die ist nur noch 15 wert weil weil ich mich nicht informiert habe und das ist auf dem kauft dem markt exakt dasselbe fahren sie also das war ein riesiger schwenker noch mal drei abzeigungen aber fand ich ist ein gutes und plastisches beispiel gewesen von daher vergleich das einfach mit uhren und ich meine seiner passion zu folgen ist glaube ich immer der sinnvollste weg und er schrieb gerade auch schon finde er sehr interessant vor allem was die zukunft angeht dann werde ich wohl 70 30 btc und eth und ein icon wählen wobei du natürlich bei 70 30 pro schon 100 hast das heißt also es geht nicht ganz auf aber wir verstehen was du damit meinst das macht auf jeden fall sinn und wir wünschen ihr dann auf jeden fall maximalen erfolg und das ist eben auch nur langfristig eben sinnvoll und weil ich gerade noch die frage von rené wulff gesehen habe meinung zu kreien welches mit freundlichen grüßen sehr geehrter herr reni wulff danke für ihre nachricht also kreis ja ist jetzt nicht unbedingt mein favorit das muss man selber entscheiden ich persönlich habe oben auch noch eine plattform mit angepinnt die kannst du dir zum beispiel angucken ich würde halt immer jetzt unabhängig von meinem partner dass der frank thelen hört wenn das der frank thelen hört also jetzt unabhängig von meinem partner einfach immer darauf achten wo sind die gebühren am günstigsten und und das ist eben gerade für die zukunft ein richtig relevanter faktor das hören nicht alle gern nicht weiß aber ist die plattform eben reguliert oder eben nicht ja für alle die sich eben im dachraum befinden wir müssen uns mit dieser fragestellung zwangsläufig beschäftigen und deswegen einfach jetzt schon den richtigen weg wählen und den regulatorischen weg geben wählen der dann vielleicht ein bisschen aufwendiger ist an der einen oder anderen stelle aber dann spart man sich auf lange zeit dann einfach sehr sehr viel stress und dann ist einfach nur noch wirklich der parameter welche coins werden angeboten und wie sind die gebühren sind die gebühren günstig gibt es viele coins dann ist doch ganz wunderbar und wenn das nicht der fall ist dann gehe ich eben zu einer anderen plattform definitiv aber sowas von ich habe mal unsere umfrage geschlossen oh ja das ist eine gute idee die könnten wir mal vergleichen mal gucken wie es bei unseren beiden communities aussieht es haben extrem viele leute abgestimmt was geht ab viel mehr wie live sind wundert mich aber gut so heftig und mikrofon hallo hallo perfekt ja bin ich da sehr gut so also wir hätten 50k bis 70k sind bei mir vier prozent bei dir bei mir sind da fünf prozent okay schon mal sehr sehr ausgeglichen dann kommen wir als nächstes zu 70 bis 100k sind bei mir 25 prozent habe ich 17 prozent okay dann hätten wir als nächstes 100k bis 150k sind bei mir 50 prozent das sind 40 prozent bei mir okay und als guter letzt noch 150k plus wären bei mir 19 prozent 36 also ich habe hier sehr sehr bullische zuschauer sehr aber nice ja schau vor drücken wir mal die daumen dass das genauso aufgeht daumen drücken und daumen hoch geben also das noch mal hier wir sind jetzt aktuell bei 170 okay also die 200 einmal voll machen freunde der nacht ist komplett umsonst einmal das handy hochheben auf den daumen klicken und zurücklehnen und weil ihr das jetzt gerade so wunderbar macht und auch die ganze zeit schon mit chattet und so weiter gibt es wie bitte mitgliedschaften ja doch das wäre tatsächlich jetzt so mein umschwung gewesen ja dachte ich mir auch noch mal ein fünfer raus hier für euch wenn ihr modus wenn ihr bock habt und dann wollt ihr welche wer will eine mitgliedschaft umsonst kostet noch mal ein fünfer richtig ein monat lang gibt es gibt es komplett umsonst müsst nichts unterschreiben keine waschmaschinen verträge das ist auch das erste was mir in den sinn gekommen ist die waschmaschine ist es doch einfach ansonsten natürlich auch danke melma 9977 dass du jetzt hier ein abo da gelassen hast das freut mich natürlich auch ist übrigens auch noch mal eine wichtige sache wenn ihr die inhalte feiert nicht nur die live stream sondern auch die videos die wir kontinuierlich veröffentlichen dann gerne auch ein abo da lassen wenn ihr das nicht schon getan habt das wäre auch wichtig und richtig und ich sehe bei dir eine menge einzelnen und ich sehe bei mir warum nicht gerne und bin schwabe also gerne bei euch dreht man den euro zweimal um das war ich ja auch ehrlich so also wir haben nur einser also dass eine zwei von charlie waffles ich hoffe dich erwischt es nicht sonst wünsche ich dir dass die beim beim händewaschen die 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 pullover ärmel runterrutschen so ist habe ich dir mein lieber dann hatten wir vielleicht noch mal kurz vorweg ben b frage macht ihr beide auch day trading also day trading das klassische day trading nicht das einzige was ich mache so copy trading das quasi das für arme weiß du ne ich würde mich nicht als als krassen trader also bezeichnen also wie sieht es bei dir aus phil bist du im vorigen leben krasser trader gewesen ja selbstverständlich nee das ist überhaupt nicht mein thema also ich habe auch alles ausprobiert in der vergangenheit so wie wir alle wahrscheinlich und relativ schnell gemerkt dass ich einfach zu faul bin mir den ganzen kram irgendwie an zu trainieren weil das gehört ja eben schon dazu dass man muster kennen kann und den ganzen kram dann die richtigen entscheidungen zu treffen und dann auch noch nicht emotional zu werden und zu dem zeitpunkt als es interessant für mich war habe ich nicht umgesetzt und konnte es eben auch nicht aber warum nicht in zukunft lernen also dafür gibt es mittlerweile gute education plattformen und so und wissen schadet ja nie das hat man dann für sein leben also von daher schließe ich das man nicht aus ja definitiv ich denke man kann sich immer wieder weiterbilden oder irgendwas neues dann noch mal irgendwie optimieren lernen sonst was ich mein gerade in der heutigen zeit du kannst ja das ist ja eigentlich auch das geile halt einfach am internet du kannst ja heutzutage egal für was ein kurs die buchen für einen schmalen taler wenn du jetzt nicht gerade an mehr mit köker aus der aus der türkei gerätzt so also von dem her ist es ja schon sehr entspannt aber du schon wieder ich schwätze euch schon wieder ein fest bei einen rucksack ich würde sagen wir hauen die hier wie heißt mit mit schafften raus und ich sehe es hier gerade bei mir schon durchlaufen erhoben hat gerade die mitgliedschaft gewonnen genauso wie fibonacci das kleine igelchen mike m und sh rock herzlichen glückwunsch viel spaß damit damit könnt ihr also auch auf die vergangenen live streams und so weiter zugreifen emojis und irgendeinen kram ihr werdet jetzt auch anders dargestellt also ihr seid jetzt wirklich im inner circle lohnt sich wieso wird das bei mir nicht angezeigt ging das bei dir auch ein bisschen länger okay diesmal hat es erwischt vor allem also ich finde das krass wir haben das ja jetzt schon fünf sechs mal gemacht und jedes mal erwischt irgendwelche leute die eigentlich dauer gast hier sind diesmal hat es auch mindestens von diesen fünf ich glaube das wird echt entschieden nach watch time habe ich das gefühl das ist ja verrückt also jetzt hat es erwischt helena liebe grüße net copp 79 liebe grüße auch dauergast immer auf twitch dabei gewesen auf youtube am start gewesen fibonacci auch jemand der immer auf beiden plattformen komplett abgerissen hat auf jeden fall da hat schon mal die drei richtigen erwischt dann haben wir ben b er ist auch in letzter zeit immer öfter da grüße auch an dich ben viel spaß mit der kostenlosen mitgliedschaft und dann haben wir noch den christian schrödel hat auch eine mitgliedschaft bekommen lese ich zum ersten mal aber die natürlich auch viel spaß mit der mitgliedschaft gg ja es läuft doch bei wahnsinn läuft 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 oder bei euch in dem fall nicht nur gute kurse 67.700 us dollar immer noch auf den tag oder nein auch noch schöne mitgliedschaft mitgenommen warum nicht kann man machen aber sowas von ja sonst natürlich wenn ihr fragen noch habt gerne reinballern ich habe nachher ein date um 21 uhr spielt er der freiburg da habe ich ein date der fc freiburg da habe ich ein date werbung nervig was ist was wisst ihr was ist 21 uhr freunde wer weiß es dann schreibt das gerne mal also vielleicht bin ich auch einfach fibonacci bitte ein bisschen präziser da schauen wir freiburg so sieht es nämlich aus freiburg gegen west ham und die kriegen eine packung heute um 11 auch gut von ep 76 21 uhr da handeln die ets noch eine stunde solide antwort würde ich sagen solide ja definitiv sehr gut börsen start abok genau abok ah wunderbar ja ein bisschen fußball und so weiter kann man sich ja mal antun definitiv also ich meine freiburg spielt sowieso und was crypto chris der wir müssen noch über fcf fcf gegen bvb reden wieso fcf machst du gerade den den film der sagt auch immer fc freiburg ich habe nur mich zu ärgern stf nicht nur mich zu ärgern natürlich ich weiß doch ich habe doch immer ich habe doch immer ein offenes ja immer das doch immer eine offene tür für meinen spannender bruder bist du aus spandau lügen wir doch nicht du bist so ein zugezogen das hat mir getan kannst mir doch nicht erzählen kannst du mal kicken nur du spandauer auf du sandmännchen auch eine gute antwort von einem erzählen sandmännchen um 21 also um 21 uhr ja ja also für mich wird das immer aufgenommen auf vhs und um 21 uhr bekomme ich das dann dass ich schneller ins bett gehe mit piggel die und puggel die oder wie hießen die beiden noch piggel die und puggel die die schweinchen ja aber war puggel die richtig ich weiß ich nicht mehr genau ich weiß nicht mehr wie die hießen aber ich kenne es ja sagt mir was hier ist auf jeden fall eine ernsthafte frage von toralf meyer ich habe da mal eine ernste frage vor längerem habe ich 40 euro in einen coin gesteckt einige monate später ein teil davon für 50 euro verkauft meine börse sagt 50 prozent minus derzeit 13 50 importe wo ist mein fehler ja also ich sehe es vor mir ich habe gerade mal das dashboard aufgemacht und habe mich mal ja eingeloggt und mir mal deine kundendaten angesehen und da ist ja ganz eindeutig erkennbar woran es jetzt liegt es ist natürlich nicht zu beantworten deswegen bei solchen sachen bitte einfach mal den support kontaktieren von deinem broker bei dem du da aktiv bist und die sollen die mal erklären woran das liegt also ob das jetzt gebühren waren die du da vielleicht entrichtet hast die viel zu hoch wären ob es da noch irgendwelche anderen fees gab für den verkauf was auch immer das kann man natürlich so nicht einfach beantworten nur mit den paar wörtern die man hier sieht sicher meine fehlenden mathekenntnisse ja ich schätze mal da gibt es schon irgendeinen plausiblen grund dafür und ich denke die plattform wird ja auch den grund dann nennen frederick mit sicherheit frederick frederick war es ne ich habe es gerade auch gesehen haben wie kommen wir auf piggel die und ponder potter regeln lang besser also was war denn das piggel die und poppel die wir sind auch manchmal sind wir auch einfach ein bisschen durch aber zum glück haben wir euch weil ich glaube so dass hier 30 mal reingeschrieben piggel die und frederick also anscheinend sind wir alle so ungefähr dasselbe alter das freut mich auf jeden fall dann hat man hier auch noch von elastic to drastic was ist mit xrp ja gut und alles beim alten also jeden stream wenn man natürlich auch gefragt was ist jetzt mit xrp ich glaube ich ziehe jetzt die reißleine ich glaube ich gehe jetzt raus aber da geht er überhaupt nix du mein geld stagniertet geht ja mal ja ja was soll ich dir sagen ist natürlich alles andere als das was wir uns vorgestellt haben es ist nämlich zu stable aber weil vorhin auch noch mal die nachricht reinkam ey du xrp nachkaufen du stehen bei 62 dollar sind also aktuell hast du den den train auf den wir alle warten auf jeden fall noch nicht verpasst so wie es aussieht oder ich habe irgendwie einen falschen chart seit fünf jahren auf aber nee also ich bin bin schon der überzeugung dass wir auch in diesem bull run xrp das heißt auch okay ich muss mich korrigieren dass wir in diesem bull run dann endlich xrp mal wieder auf anderen preisen sehen auf anderen gewässern schippern sehen denn wie gesagt wir hatten ja vorhin auch mal hier die grafik auf market cap top assets global weltweit und da hatten wir hier unten auch schon mal bei ethereum geredet auch gesagt du etf ist im gespräch wenn das ding kommt ist das ding safe direkt in der top 10 ich meine ihr seht was jetzt mit bitcoin passiert nachdem das mal ein paar wochen mal so ein bisschen angelaufen ist und bei xrp ist es ja genauso im gespräch also wenn es um zwei kryptos geht wo etfs in naher zukunft kommen sollen oder was heißt in naher zukunft sagen wir mal die nächsten ein zwei jahre drei jahre kommen sollen dann ist auf jeden fall ethereum mit der nächste nach bitcoin und nach ethereum wird höchstwahrscheinlich dann xrp wenn es soweit kommt und ich sag mal sowas wird dem ganzen natürlich dann noch mal extrem in die karten spielen von dem her schauen wir mal ich kann mir halt auch gut vorstellen weil ich sage auch immer wieder dazu iso 200 22 november 25 das ist eigentlich so das date ab dem es dann auch spannend wird für xrp kann auch sein dass hier keine ahnung warum viele sagen das wird mit absicht unten gehalten die wollen uns klein halten das wird dann 25 im november dann explodieren passend zu dem zu dem iso finde ich dann auch ein tick zu weit hergeholt ehrlich gesagt ich denke es liegt halt immer noch aktuell viel an der klage einfach dass da immer noch einiges unklar ist aber ja so ich kann mich nur wiederholen ich bin der meinung diesen bull run wird xrp mal anziehen ich habe jetzt aber auch nicht die wahnsinnspreisziele also ich habe ja schon in ein paar videos gesagt so ab drei dollar fange ich an einiges abzustoßen wird dann auch bis fünf dollar ein großteil weg gehauen haben werden wir aber trotzdem immer hunderttausend stück auf dem hardware-wallet liegen lassen für die nächsten fünf oder acht jahre weil ich da schon einfach potenzial halt sehen und ich will weil viele auch immer sagen ja xrp dann das mit den banken das ist ja komplett zentral das ist ja ein scheiß wieso investierst du da rein ja ich investiere rein damit ich davon wenigstens profitieren wenn ich das schon nicht abkann das ist doch ganz klar also das ist also viele verstehen das nicht weil viele dann kommen mit ja das ist doch zentral ja aber schaut mal wer damit am start ist wer damit im boot ist was für firmen da mit drin sind ja dann will ich da doch wenigstens von profitieren deswegen bin ich doch da am start und das ist auch der grund warum ich so viele xrp halte und ich werde ihn nicht verkaufen so vor allem nicht für den preis also davon denke ich nicht drüber reden bei 62 dollar cent so also wie gesagt drei dollar ist bei mir so der die goldene mark und dann geht's los ja und dann bin ich auch froh dass ich mal einiges auf jeden fall mal abverkaufen kann nach der langen zeit daumen sind gedrückt und ich würde wenn es um das etf rennen geht eher darauf tippen dass nach eth solana kommt also dafür gibt es mittlerweile zu viele informationen von allen möglichen institutionen und so weiter die darüber öffentlich auch sprechen aber ich würde es mir natürlich auch für xrp wünschen nicht nur weil ich selber natürlich investiert bin also ich kann das auch gar nicht rein objektiv hier einfach mir angucken und einfach aussagen treffen ohne emotionen aber klar der use case und so weiter das sind alles dinge die man sich in den letzten jahren immer wieder angeguckt hat hat man hat bei diesem ganzen lost you thema die ganze zeit mit gefiebert und so und irgendwann wünscht man sich halt dann auch dass es einfach durch ist dass da einfach mal ein heftiger bullrun irgendwie durchläuft ob es am ende dann passiert oder nicht werden wir herausfinden und trotzdem bleibe ich natürlich optimistisch diesbezüglich definitiv wie viele hast du noch dave 300k also ich werde keine genauen daten mehr nennen also weiß nicht habe ich einfach keinen bock drauf ich habe mir überlegt dass ich ein portfolio video machen könnte mit den prozentualen angaben wenn ihr bock drauf habt könnte ich sowas bringen aber die reinen zahlen oder so bringt ja auch nichts also ich habe mir dann auch so überlegt soll ich das einfach raushauen aber auf der anderen seite habe ich mir dann gedacht was ist denn für ein mehrwert so das ist eigentlich ist es eher unseriös das zu machen und ja so hier guck mal wie geil ich bin so bringt halt nichts also euch bringt es nichts so ich kann mir dann denken war guck mal ich bin ja ich bin ja hier richtiger spandau jängste guck mal wie ich hier herumhänge hier ist der kopf mir glaube ich erstmal hier drei lambos was ist denn los hier kannst du mal kicken was bringt es also das ist halt das ding ja mach mal bitte ja also mit zahlen nicht aber prozentual wenn ihr bock habt das wäre so dass das höchste der gefühle fibonacci hat hier auch noch mal einen guten joke gebracht gibt es bald ein spotty tf für us dollar tether auch gut möglich könnte sich lohnen bei den ganzen schwankungen bei der volatilität und vor allem es wäre oberste prio ja ist ja nur flexen so sieht es aus es bringt halt niemanden irgendwas ja mir bringt kopfschmerzen das ist das ding mir bringt es einfach nur kopfschmerzen wenn ihr es so wissen wollt weil dann ihr wisst selber leute kommen immer auf dumme gedanken leute kommen schnell auf dumme gedanken wenn ich da mal zum beispiel an frankfurter hauptbahnhof denke oder so da werden leute wegen dem 20 abgerippt und so also was machen sie dann mit einem wenn wenn sonst was ist ne also da habe ich kein bock drauf und deswegen versuche ich natürlich auch mein privatleben und alles sehr sehr privat zu halten weil deswegen ist es das privatleben so ist es mal fünf altcoins raus wurde noch 20k rein bottern würdest steuern sind einkalkuliert falls wir den falls wir das top vorher sehen fünf altcoins also wir fangen an mit dem klassiker immer schon nicht btc mit reinnehmen nehmen wir sie mit rein da würde ich jederzeit also natürlich jetzt nicht nach so einem anstieg ich meine ich habe es früher gekauft aber da würde ich trotzdem jederzeit nach einer stärkeren korrektur 20k reinballern weil ich da ganz andere preise in zukunft sehe als zweiten muss ich trotzdem xrp mit reinnehmen auch wenn da viele von abgefuckt sind ich bin trotzdem der meinung der kommt noch als drittes definitiv chainlink also link halte ich auch sehr sehr viel von als vierten würde ich dir xdc xinfin network noch mit vorschlagen finde ich auch sehr sehr stark hat auch meiner meinung nach extrem viel potenzial als fünften würde ich jetzt einfach noch damit wir auch mit drin haben auch wenn der jetzt halt schon die letzten wochen monate extrem gepumpt hat aber du ich meine ich habe den schon vor einem jahr oder was angesprochen man kann halt auch nicht jeden coin kaufen das ist halt auch so ein ding und wenn wir gerade eh schon richtung ende sind ich mache es mal kurz hier mit auf wo haben wir es denn versteckt genau falls irgendjemand machen wir hier den hier falls irgendjemand interesse hat an einer vernünftigen copy trading plattform ich bin dort auch als copy trader mit eingegeben könnt ihr sehr sehr gerne vorbeischauen könnt ihr auch mal gucken was der was der gute moneten dave eigentlich so für ein kack traded und wo ist er da ist er einfach der aller echte 100 prozent rate ich bin ich bin doch trading profi jetzt ist es raus gelogen ich habe ich habe es schon immer gesagt also bisher läuft ja aber nein also ihr könnt natürlich auch mir folgen als copy trader dass er einfach sagt du ich mache jetzt einfach deine trades aber ich sage ich von vornherein ich bin niemand der das jetzt so krass ernst nimmt und da jeden tag fünf sechs sieben trades oder so macht deswegen gibt es da auch genug leute die da wirklich komplett auf dem film sind die das jeden tag aktiv mehrere stunden machen deswegen kann man natürlich auch leuten hier folgen die eine relativ konservative trading strategie haben weil ich sage es immer wieder gerade zu solchen marktphasen ist es auf so copy trading plattform mit am einfachsten viel kohle zu machen ich meine ihr wisst auch wie es wie es letztes jahr war mit bing x etc da habe ich teilweise auch meine monat 10 15 18 und ich habe nicht viel getradet natürlich hatte ich immer ein paar k einsatz oder so aber das ist echt geil und mit fairdesk auf jeden fall eine coole seite wo man das machen kann deswegen link habe ich euch einfach hier rein wer bock hat kann sich gerne anmelden gibt auch noch ein paar rabatte über meinen link es gibt aktuell noch mal irgendwie ein extra von ich glaube 1000 dollar wenn ein bestimmtes trading volumen erreicht und alles mögliche also ich habe auf jeden fall das beste raus gehandelt was machbar war und deswegen schaut sehr sehr gerne vorbei wird mich auf jeden fall freuen und so ja vor allem auch support also von dem her wenn ihr euch über meinen link anmeldet ja habe ich möglicherweise dann natürlich auch die partnerschaft ein bisschen länger was mich freuen würde weil die seite an sich einfach cool ist und man hat einfach relativ easy kohle machen kann mit einer konservativen trading strategie so werbung ende wunderbar aber es ist doch eigentlich auch gar nicht so ein schlechtes schlusswort oder würde ich fast sagen in der richtung wir sind also nur noch mal für alle die es noch nicht gehört haben und die noch dabei sind jeden montag und jeden donnerstag online ab 18 uhr am start für euch besprechen wirklich die relevantesten crypto themen wir beantworten eure fragen sind für euch da und erleben gemeinsam dieses absolute hoch und zeigen natürlich auch immer wieder neue perspektiven auf von daher lohnt es sich auf jeden fall also hier noch mal der an der stelle ein däumchen nach oben während träumchen und falls ihr die jeweiligen kanäle nicht abonniert habt also sowohl meinen als auch den von dave dann gerne noch mal kurz nachholen das lohnt sich auf jeden fall regelmäßige uploads permanent input und so weiter deswegen schaut da gerne einfach mal vorbei deswegen wünschen wir euch auf jeden fall schon mal ein schönes wochenende jetzt montag wie gesagt definitiv am start 18 uhr tragt sich im kalender ein schaut vorbei wird uns auf jeden fall freuen wie gesagt wir machen hier für alle die jetzt vielleicht doch neu sind einfach entspannte streams wir beantworten fragen wir schauen uns zusammen coins an wir quatschen einfach zusammen haben eine coole zeit reden über crypto über manchmal auch ein paar andere sachen so damit es nicht ganz so trocken auch ist ja ist einfach nach dem feierabend so ein bisschen a com wir chillen bis hin bei fit und dave im stream machen uns entspannen ich habe noch ein zwei fragen easy werden auch noch mit beantwortet deswegen glaubt natürlich sehr gerne am montag rein und natürlich auch gerne bei phil vorbeischauen auch falls ihr es nicht wisst wir haben auch beide noch die stream highlights kanäle wo gefühlt jeden tag bei mir jetzt auch schon seit zwei wochen jeden tag ich werde noch zum workaholic videos kommen aus den streams ausschnitte mit fragen von von euch deswegen natürlich gerne auch die zweite kanäle abchecken und sonst würde ich sagen wenn wir uns auf jeden fall montag ich werde mir jetzt sowas von dreckig den scf geben und wahrscheinlich so dreckig noch einen reinladen spaß ich trinke kein alkohol aber ja auf jeden fall das war's und wir sagen wir an unserem montag gut tatsachen